Der Kaffee-Vollautomaten-Spezialist Jura setzt im Kundenkommunikationscenter in Nürnberg seit 2012 ein Drabe-Luftbefeuchtungssystem ein. Um Atemwegsbeschwerden und möglichen Stimmstörungen der Mitarbeiter vorzubeugen, wurde bei der Planung des neuen Gebäudes der Einbau einer zusätzlichen Luftbefeuchtung von Anfang an berücksichtigt. Die speziell für Büros designten Luftbefeuchter sind unauffällig im Großraumbüro integriert und bringen die erforderliche Luftfeuchte gezielt zu den Arbeitsplätzen. Der hygienische Betrieb wird durch eine integrierte Wasseraufbereitung gesichert. Die Mitarbeiter fühlen sich seitdem durch das angenehm frische und vitalisierende Raumklima sehr wohl. Beschwerden über trockene Luft gibt es bei Jura keine mehr. Wir haben uns damals für eine Luftbefeuchtungsanlage entschieden, aufgrund dessen, dass hier sehr viel geredet wird. Und eine Luftbefeuchtung im Raum von 40 bis 60 Prozent schützt die Kollegen vor Stimmbandreizungen und Stimmbanderkrankungen. Untertitelung des ZDF für cheers! Untertitelung des ZDF, 2020